Hallo liebe Freunde und willkommen zu Let's Play Titanfall Beta. Wir spielen Spielmodus Hardpoint. Hardpoint bedeutet, wir, ja, Punkt einnehmen halt, ne? Also King of the Hill, wenn man so will. Nice! Ah, die Schrotflinte ist einfach geil. Muss man ehrlich sagen, die Schrotflinte ist geil. Bin ich echt zufrieden mit der Waffe und die behalte ich jetzt auch mal eine Weile. Boah. Boah, fuck. Frack Grenade hat mich erwischt. Ja, meine eigene Frack Grenade hat mich erwischt. Aber ARC Grenade hat mich auch erwischt. Von irgendeinem anderen Spieler, naja. So, wir verlieren gerade Charlie. Ich muss da jetzt mal schnell hin. Aber oben in dem Gebäude ist ein Haufen Grunts. Ich guck mal, ob ich mich um die kümmern kann irgendwie. Weil da kommen wir auch nicht gescheit hoch. Höchstens mit einem Wall Run. Ach, shit. Und das auch nicht. So, komm schon. Ich glaube aber Grunts können die Punkte gar nicht einnehmen, so wie es aussieht bei uns. Bei einem der Punkte stehen auf jeden Fall Grunts drin. Aber der nimmt irgendwie keiner ein. So. Komm, nachladen. Ich guck mal, dass ich das Ganze jetzt hier einnehme. Irgendwie. Shit. Mega Gun hat mich erwischt. Naja. Hier war doch gerade einer. Na egal, komm. Der ist wahrscheinlich da oben. Komm schon. Wo, wo seid ihr, Freunde? Wir müssen da jetzt mal schnell irgendwie hin. Titan ist gleich ready in 30 Sekunden. So, B wird gerade. Doch, B wird gerade neutralisiert. Wo ist der Scheißkerl? Boah, Alter. Gekämmt hat er die Sau. Gut, muss man ja eigentlich auch beim Punkt einnehmen. So, friss eine Granate. Boah, ich hab ihn erwischt. Wie nice. Sau geil. So. Weiter geht's. Ach, es war gar keiner von uns. Von den Feinden, meine ich. So, Capturing. Komm schon. Nice. Eingenommen. Wuhu. Nice. Ach, ist die Schrotflinte geil. Boah, die benutze ich in Zukunft jetzt immer. Bis ich natürlich was Besseres hab. Komm, komm. Ja, ich komm nicht raus. Oh, das sind zwei Titan zu. Boah. Ich kann natürlich jetzt auch meinen Titan rufen, aber um ehrlich zu sein. Boah, scheiße. Komm schon. Das wollte ich gar nicht, hab mich verklickt. Da kommt mein Titan. Runter mit dem Ding. Bravo, ist unter Attack. Und rein da. Auf geht's. So. Da ist ein feindlicher Titan. Ich seh's doch. So. Ich müsste mal meine Custom Class nehmen. Ich hab ja noch eine Custom Class gemacht. Ich hab mir extra mal eine Custom Class zusammengestellt, quasi. Das ist meiner, hey. Jawoll. Haha. Hab ich endlich mal den Typen da rausgeholt. Komm schon. Sau, wo ist der hin? Da oben ist er. Yes. Hat aber gut gemacht, muss man sagen. An der Wand entlang. Puh, ich hab den kaum erwischt. Aber Gott sei Dank hat die Schrotflinte auf nahe Distanz so einen Hammerwumms. Das ist das ein bisschen... Das ist schon fast ein bisschen lächerlich wirkt. So, komm. Aber die Schrotflinte ist echt mega geil. Deswegen verstehe ich jetzt auch, warum man die erst freischalten muss. So, schnell nachladen nochmal. Ah, shit. Aber die Anti-Titan-Weapon, die ich gerade dabei hab, die ist gar nicht so gut, finde ich. Das ist halt eine Schnellfeuerwaffe. Eine Schnellfeuerwaffe gegen einen Titan, ne? Ich weiß nicht, mehr Raketen, doch lieber. So, gerade noch die im Titan ausgewichen. Das war knapp. So, komm. Wo seid ihr, Freunde? Da ist auf jeden Fall einer. Aber das bringt gar nichts, den jetzt anzugreifen. Der wird mich fertig machen. So, Titanfall. Komm schon, wo kann ich den jetzt runterholen hier? Er hat runterholen gesagt. Titanfall. Auf geht's, rein da. So, los. Friss deine eigenen Raketen, du Arsch. So, Schrotti-Karotti. Ich glaub, der lebt. Der scheiß, der lebt noch. Seht die aber nie, die sind einfach so klein. Komm. Raus hier. So, und aufs Dach noch. Gut so, gut so. Shit. Oh, jetzt bringe ich mich noch selbst in die Luft. Gerade so nicht. Challenge complete. Nice. Das ist doch nur ein Grunt. So, da ist draußen so ein feindlicher Titan. Den kriegen wir. So. Das ist einer von uns. So, da haben wir den feindlichen Titan. So, Titanwaffe. Uh. Die macht trotzdem übelst Schaden. Ich hoffe, der andere Titan greift den jetzt an. Oh, shit. What? Ach, da oben. Ah, die Sau. War aber gut. War gut gespielt. Respekt. So. Jetzt komm schon, komm schon. Wir kriegen den doch. Was ist der denn? Scheiße. Der ist zu weit weg. Ah, der ist wirklich zu weit weg. Das können wir vergessen. Hoch. So, hier hoch. Da hoch. Komm schon. Nach oben. So. Uh. Shit. Da muss ich gerade nachladen. Dreck. Naja, komm. Hätte ich nachgeladen gehabt, dann hätte es funktioniert. So, Titanfall. Was ist da hinten? Okay, buddy. So, rein da. So. Und übrigens, dazu muss ich noch was sagen. Und zwar, die... Meist... Ähm, viele haben sich ja über die Grafik beschwert, muss ich ja sagen. Ich weiß nicht, ob das an der Dings liegt. Huh, jetzt ruckelt's. Äh, an der... Xbox One liegt, wo ja meistens, sag ich jetzt mal, Titanfall drauf spielen. Ist ja tatsächlich so. Ähm. Oder ob das an irgendwas anderem liegt, aber auf jeden Fall haben sich sehr, sehr viele darüber beschwert, dass die Grafik so schlecht wäre. Ich fände die Grafik voll gut. Unglaublich angemessen auch für das Spiel, finde ich. Also es passt einfach ziemlich gut zusammen. Ich hab auch die falschen Titan-Klasse ausgewählt, seh ich grad. Oh, scheiße. Oh, da hab ich gedacht, da spring ich mal raus. Ist mir natürlich dumm. So, komm. Weiter, weiter. Ich will jetzt nicht die Killcam sehen. Ich will jetzt hier weitermachen. So, aber hier läuft's komischerweise richtig gut von der Performance her. Ich muss jetzt echt mal gucken, vielleicht liegt's echt an der Grafik, dass sich das Ganze nicht so richtig flüssig läuft. Denn... Scheiße. Denn, ähm, ich hab die Grafik auf insane gestellt, also auf, äh, Wahnsinn. Normalerweise sollte das eigentlich laufen, aber es ist eine Beta, deswegen, hm. Deswegen muss man da echt vorsichtig sein. So, jetzt guck ich mal, dass ich da hochkomme. Ohne zu sterben, möglichst. So. Oh, 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 oh. Irgendeiner ist hier noch. Oh, und die Frack Grenade hat ihn mitgerissen. Scheiße. Okay, wir verlieren... Nein, wir verlieren, was? Das kann doch nicht sein. Freunde. Nein, ich will da rein. Ah. Nein, 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 wir schaffen das. Tut mir das nicht an, Freunde. So. So. Huh. Komm schon, komm schon, wir schaffen das, bitte, 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 bitte. Oh. Ja, wir schaffen's. Nein, wir schaffen's nicht, wir schaffen's nicht. Ich tarn mich mal schnell. Scheiße, scheiße. Defeated. Kacke. Wir müssen hier raus. So, komm. Oh, Feindscher Titan. Und weg. Wo ist denn das Chip? Boah, ich spiel hier ein ziemlich riskantes Spiel, Freunde. Komm. 16 Sekunden noch. Kacke. Wissen die eigentlich, wo das Dropship hinkommt? Ich weiß es gar nicht. Also, die Feinde meine ich jetzt. Ich glaube aber ja, ne? Krass, krass. Nein! Boah, Alter. Aber wie knapp. 3, 2, 1, abfassen. Nur zwei Leute. Ich bin nur mit einem anderen zusammen rausgekommen. Krass. Okay, wir haben's geschafft. Verloren, aber trotzdem geiles Spiel, muss man sagen. Azul, Defense. Ein paar Punkte gemacht. Neun Piloten gekillt. Achtmal gestorben. Ist aber okay. Ich bleibe auf jeden Fall jetzt erstmal bei der Pistol. Äh, bei der Shotgun. Und, naja. War ein geiles Match, muss ich sagen. Also, mittlerweile, also, bin ich positiv überrascht von dem Spiel, finde ich. Ganz ehrlich. Wie viel, wie viel EP das jetzt gebracht hat da? XP? Alter. Ich muss den Spielmodus echt mal ein bisschen häufiger spielen. Burn Cards Available. Keine Ahnung. ARC Grenade. Und wir haben irgendwas abgeschlossen, glaube ich. Yes, abgeschlossen. Sauber. Sauber. Noch einen Kill mit der Shotgun. Wir haben da auch die Challenge. Und da würde ich mal sagen, Freunde. Boah, ich bin voll geflasht von dem Spiel irgendwie. Würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde von Titanfall wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Fennec. Ciao.